Hallo, wir gehen jetzt mal Turmspringen und jetzt, wo ich hier bin, denke ich mir so, oh okay, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, zumal John auch gar nicht schwimmen kann. Ja, aber wir probieren mal das, weißt du, was ich meine. Ja, damit könnte es eventuell was werden. Einfach so und dann. Warte? Ich kann unten Wasser filmen. Wir bringen es ja weiter. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich damit mache, wirklich, muss ich ehrlich sagen. Sollen wir erst mal mit ihm so ins Babybecken gehen oder so? Ich würde sagen, du schmeißt ihn mal rein. Ich sage dir, Philipp, Leon und Dennis, wenn die drei kommen, die können nichts reinzumachen. Er hat aber auch gesagt, er würde Christian Eckerling im Ring wegfetzen. Und du sollst sagen, und Christian Eckerling, das war das nächste Mal, wenn ich da bin. Er kann mich kaputt machen, meine Hirn raus. Er wird dir auf die Fresse an, Alter. Aufmerksam, das ist an einem Beruf, mein Beruf ist Donatelle Essen, Kollege, das ist eine ganz andere Baustelle. Komm mal her. Hi, liebe Frau Lohr. Weg hier. Komm mal ran hier. Ach guck, hallöchen. Das ist der Reinhard, grüß dich. Hi. Und ich habe mir seine Videos auch vor langem schon angeguckt, wie ein krasser Typ, der einfach krasse Flips kann. Kann man so sagen. Was traust du uns denn heute zu? Also wir müssen uns erstmal anschauen, wie ihr euch so verhaltet, was ihr euch zutraut. Aber ich denke, einfach Salto ist auf jeden Fall drin, egal ob vorwärts oder rückwärts. Vom Zehner? Fangen wir mal klein an. Können wir mal was sehen? Ja, gerne. Da wollen wir John heute hinkriegen. Boah. Alter, Alter. Das sah schmerzhaft irgendwie aus. Aber jetzt mal ehrlich. Bist du da schon mal mies aufgekommen mit irgendeiner Stelle vom Körper? Naja, aufgekommen. Also wirklich schon sehr, sehr schlecht gelandet. Hatte auch ein paar Verletzungen, aber gehört halt dazu. Werden die dann auch blau oder so? Ja, blaue Blutergüsse. Alles schon gehabt. Was ist ein Bluterguss? Was ist ein Bluterguss? Ja. Äh, wenn du jetzt... Wie ist das denn? Ich würde gerne Bluterguss leckern, weißt du, weil ich glaube. Ja, ich weiß, ich habe einen. Boah, stimmt vielleicht. Nein, Alter, wir haben ein Problem. Also John ist Nichtschwimmer. Das müssen wir ändern, John. Ja, ich weiß nicht. Kannst du mal kurz so einen Grundkurs, äh, how to schwimmen? Ja, easy. Mach doch mal bitte, John. Komm. Ich werde so bist dein, Alter, Kollege. Die Beine. Oder so. Ja, genau. Die Beste ist, ich leck einfach so, du komm und zieh mich raus. Was ist denn das Einfachste? Wie können wir jetzt rein starten? Ich würde sagen, das Einfachste ist gerade irgendwo runterspringen. Das kriegt man vom Einser. Machen wir vom Einser. Komm mal, komm. Okay, los geht's. Okay. John. Nein, mit Warteputz. Boah, Alter, man sieht ja jetzt schon nicht, wie tief das ist. Das ist mal immer. Herr Leon, das war ganz schön unspektakulär. War gut, ja? Unspektakulär. Oh, hat mich das wieder nicht überrascht, dass ihr das hinbekommt. Einfach mal im ersten Mal. War das drei? Ja, drei. Das sah so aus. John kommt noch, oder? Er kommt dran rüber. John, you ready? Nein. Ich kann nichts für mich. Ja, du musst ja auch noch reinspringen. Ja, bitte. Ich will doch mal mit diesem Ding da erst mal. Nein, zwei Leute muss da haben, bis zu retten. Wollen wir jetzt erst mal von da ein Salto machen, probieren oder direkt auf drei Meter? Ja. So lasse ich euch. Also, wenn ihr einen Köpfer probiert, wäre vielleicht schon mal ganz gut. Nee, Salto. Achso, direkt Salto. Okay. Ich würde euch empfehlen, ich sage es noch kurz, anlaufen auf dem Brett, einen Sprung nur, also du hüpfst rein, Arme hoch, dann Vorwärts rein, Beine nehmen, Beine nehmen. Ja, das ist leichter, wenn ich einfach stehe. Du kannst auch gerne stehen, aber ich meine, wenn du anläufst, hast du ein bisschen mehr Schwung auch. Ja, Bounce einfach davon. Das geht aus dem Stand genau. Wahrscheinlich, Rückwärtssalto ist in der Praxis etwas leichter als ein Vorwärtssalto, oder? Nein? Vorwärts, ja. Okay, du bist der Master, dann machen wir eine Vorwärtssalto. Wenn du zweimal machst, ich werde rein. Wenn du so machst. Wenn ich ein Salto jetzt mache, dann springst du auch rein, ja? Ja, ich spring rein, aber zwei Leute müssen da, hab ich was. Deal. Ja. Hand drauf. Hand drauf. Okay. War okay, oder? Jetzt schon. Guck mal, fass mal meine Hand an. Fass mal an. Alter, das ist nichts normal. Boah, hey. Ja, das Problem ist, wenn ich reingehe, da kommt nichts oben. Okay. Aber anstatt der Elfer mal erst mal so ins Wasser gehen, weißt du? Jungs, bitte aufpassen, es gab vier Kinder, ne? Ja, ja, ja. Die Gene sind schon mal weitergegeben. Ey, auf, komm jetzt. Komm, ich komm nach hinten. Einfach reinspringen. Wir ziehen dich raus. Okay, Jungs. Ey, Jungs, das ganze Schwimmbad guckt mittlerweile, ne? Boah, ey. Boah, ey. Boah. Joon, Joon. Boah. Alter, ey. Er wird schon ganz blau in den Lippen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Boah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gut, alles gut. Niemals. Gut gemacht. Boah. Alter. Boah. Alter. Das reißt heute auch, ne? Sehr gut, Jungs. Also der Kollege hat mir gerade erzählt, wie das so ist mit dem Vorwärtssalto. Also das war kein Salto. Nein, ich hab den raus. Komm jetzt. Also einfach hier die Hände richtig nach vorne schmeißen, ne? Erben, du Brauch. Ja, das Timing ist ein bisschen falsch bei ihm. Ich kann das nicht, ey. Ausbaufähig. Ja. Ich gucke mir bei Dennis zu. War nicht schlecht. Ja, ja, da ist mehr drin. Einser ist halt nix, ne? Deswegen gehen wir jetzt mal straight zum Dreier. Traust du mir vom Dreier irgendwas zu? Vorwärtssalto. Vorwärtshalbe würde ich dir auch zutrauen. Kann man sich da wirklich ernsthaft verletzen? Muss schon unglücklich fallen. Dann kann schon was passieren, aber... Also was sollte auf gar keinen Fall passieren? Auch für John. Ich glaube nicht, dass John nix. Lern, Deutschland braucht mich. Aber das Bildchen brauchte ich auch, Mann. Ja, ich muss arbeiten. Steuersaal und weißt du, weil ich weiß. Ja, nicht auf die Ohren fallen. Du musst halt schauen, dass du nicht über- oder unterdrehst. Aber trau ich dir auch zu. Boah. Ich bin bereit. Ja. Okay. Sehr schön. Hast du gefilmt? Dann zaffst du das. Du hast es noch nicht geschafft. Du zaffst es ja nicht. Da würde ich jetzt lieber 400 Kilo beugen. Das wäre mir nicht so hoch. Das ist anders wie beim 1er. Eigentlich fast genauso. Du fliegst nur ein bisschen länger. Es ist nicht so viel Unterschied. Das darfst du schon. Ah, geil. Super. Das sieht mir so hoch aus. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Super. Richtig freest du jetzt. Du hast einfach Angst, aber ich denke, konntest du besserer machen. Soll ich es noch besser machen? Wirklich. War das überdreht oder hat es zu wenig? Ein bisschen auch wieder zu wenig Schraube, aber allein, dass du durchgezogen hast, schon mal richtig kassend. Ich gebe dir der Punkt, ich habe ihm 7,5 Pfund gegeben aus vom Team und Leon habe ich ihm 5,5 Pfund gegeben und Dennis habe ich 1,1 Pfund gegeben. Er hat mir nichts geholfen. Guck mal, Dennis ist mein Bruder, weißt du, wie ich meine? Er ist meine einzige Familie in Deutschland. Alter, lass mal einen Speck, Mann. Und? Ich war fast gestorben. Philipp ist reingekommen. Nein, nein, Philipp ist nicht reingekommen. Wer heißt du? Hallo, ich bin der Reinhard. Ich bin auch dabei. Reinhard ist gekommen. Und ich habe Reinhard das erste Mal in meinem Leben getroffen heute. Und mich kennt ihr 8 Jahre, Kollege. Warum bist du nicht reingekommen? Reinhard und Philipp sind nicht reingekommen. Wir haben, bevor du gesprungen bist, gesagt, die zwei stehen unten und ich bin am Rand und zieh dich raus. Was ich getan habe. Weil als du dann wie so ein Blauwal ankamst, habe ich dich genommen, obwohl du versucht hast, dich von meiner Hand zu lösen und habe dein Leben gerissen. Philipp, 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 Philipp. Bisschen überdreht, aber krass, dass er durchgezogen hat. Also ich muss sagen, Respekt generell an die Jungs, dass sie alles einfach durchziehen. Aber hat nicht wehgetan, ey. Ich gebe dir 3,2. Er ist derjenige, der 7,5 hat. Das heißt, musst du es besser machen, dass du 10 bekommst. Ja, beim nächsten Mal gebe ich mir mehr Mühe, dann vielleicht sind mehr Punkte drin. Dennis hat 1,1. Ich habe gar kein Salto gemacht. Ich muss ja noch mal einen machen. Du kannst es jetzt ruhig so auf der Salto machen. Ja. Kannst du das mal filmen? Ja. Rückmärts will er jetzt so machen. Oh. 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 War gut. Alter. Nochmal dabei, jetzt musst du nicht schlagen. Oh. Ne, ich springe nie von, weißt du, ich springe immer von Klippen. Da hast du halt keine Federung. Ich habe direkt beim Losspringen gemerkt, okay, ich bin viel zu schnell. Oh. Nächstes Mal, guck mal, guck mal, wenn du... John, was willst du mir Tipps geben? Guck mal, erst mal, bevor du rumtrainst. Hab ich doch, ne? Aber was muss ich berechnen? Wie ist die Formel? Nein, wenn du das rechnest, dann weiß man, du musst zwei Flips machen, weil es so kurz. Da kannst du nicht drei Flips machen. Wenn du drei Flips machst... Ich wollte doch einen machen. Nein, das ist falsch. Da passen zwei. Wirklich. Hä? Ein Tag ist viel, wie preis das? Deswegen toge ich einfach. Warte mal, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. John, was? 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 Ich habe Hunger. Ich habe gesagt, drei Tage keine Diät, oder? Warum? Weil wir haben keine Küche daheim. John, du hast eine Küche daheim und machst trotzdem... Du machst trotzdem keine Diät, das hat doch nichts mit der Küche zu tun. Doch, doch, doch. Du hättest dir Reis-Pudding mitnehmen können. Kann ich den ganzen Tag am Reis-Pudding ernähren? Du kannst entscheiden, den ganzen Tag Pommes essen, dann kannst du auch den ganzen Tag Reis-Pudding essen. Nein, ich esse nichts den ganzen Tag Pommes. Einmal ist keinmal. Aber... Na ja, jetzt nächstes erst mal vom Fünfer springen. Nur gucken, wie es sich anfühlt und danach entscheiden wir dann, ob wir einen Salto machen oder so. Wirst du dabei? Einfach gerade runterspringen. Ja, aber wir müssen noch mal sehen, wie es richtig aussieht, Reinhard. Ich mach gerne was vor. Ich bin döner Teller! Der war aber gut. Das war... Ich bin sehr stolzer Bruder, weißt du. Wie viele Punkte? Endlich sind ich 3,2. Von 10. Alter, was für ein ehrenloser Pänner. Also von damals kenne ich so, ey, das ist... Das sind sehr unangenehme. Was läuft denn? Ja, ich nehme Swimming-Kurs. Wenn ich zurückkomme, geht in der Offenburg. Wie Kurs? Wir bringen es dir heute bei. Wir machen den Kurs. Ja, aber nichts hier. 4 Meter etwa. Nein, da gibt es kleinere. Ja, normalerweise kann ich nichts vorne Swimming, aber ich kann Bug-Dinge Swimming. Ja, aber hast du Swimming. Okay, bevor du jetzt wieder so viel Scheiße laberst, jetzt bin ich gerade noch im Modus. 7,5 würde ich probieren. Gefühl? Kein gutes. 7,5 ist bei mir die Grenze. Aber guck mal jetzt mal ehrlich. Die 2,5 Meter sind auch nicht mehr. Sollen wir nicht direkt einfach rum? Nee. 7,5 ist ein bisschen der Ziel. Leon. I believe in you. Ja. Philipp, wenn ich das schaff, kannst du auch schaffen. Ja, aber du hast es nicht geschafft. Doch. Oh Gott, ey. Das scheiße Fliegel, mein Schwiebel. Die Folgen mehr schwarzer Farbe. Wir sind einfach rassistisch. Wirklich, wenn wir in den Fall gehen, die Folgen müssen mehr abwürgen. Ich habe gar nicht gefilmt. Du musst ganz genau schauen, okay? Ja. Ablaut? Ja. 4,0,1. Dopp. Aber ey, hat mich verarscht. Kalter Wasser. In Afrika, vieler kann nichts fliegen. Ja, kommt drauf an, in welcher Land und so halt. Senegal kann viel fliegen, in Senegal. Aber in Gambia, bei uns ist vieler nichts. Und trotzdem, wir wohnen in Distrant, halt. In Deutschland, jeder zweite Mensch kann fliegen. Warum? Dann bleibt man an der Grundschule. Okay, das heißt, man muss jetzt nochmal in die Grundschule gehen. Kein Lieberfollower, ich habe meinen Reißen hier gemacht. Also wir gehen jetzt auf den Zehner hoch. Ich hatte jetzt eigentlich keinen Bock, aber ich dachte, komm, wenn Phil springt, ich lasse ihn nicht alleine springen. Also springe ich einfach mit. Das ist schon hoch. Auf drei, komm, komm. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, f**k! John, bist du bereit, zu lernen, zu schwimmen? Ja. Okay, gehen wir. Also erstmal müssen wir Wasser tun. Ja. Wie soll ich atmen? Du kannst es normal, oder so? Mit dem Mund hoch. Alles wie immer. Nase rein, Mund raus. Können wir dich hier reinschmeißen? Nein, mit Waffen. Wir bringen dir das Schwimmen bei. Ja. Da du schöne, große Brüste hast, würde ich sagen, wir machen Brustschwimmen. Geben wir gerne mal rein. Okay. Okay. Du hebst dich an dem Beckenrand fest und machst nur mit den Beinen. Seht ihr vor, da ist ein großer Döner Teller und du bist mit deinen Beinen zurückgezogen. Ich glaube, das wird richtig schwer, John Schwimmen beizubringen. Ah, guck mal. Aber ich glaube, Dennis ist auch wieder ein Lehrer. Ja. Mit der Brustschwimmen, wir machen das gleich. Nein. Ja. 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 Ich schwimmen zum Beispiel auch sehr schwer, aber das liegt halt an Gewicht. Das ist wie so Zement, das sich permanent drunter zieht. Es ist nicht leicht. Man muss ihn schon verstehen. Okay. Komm bitte! Ja. Ja, ja, komm. Komm mal! Ja Mann! Leon, lass ihn ablassen! John Mann, lass ihn scheiß und lass einfach Döner Teller essen gehen und trainieren. Kann doch eine Weile dauern. Also dafür, dass es das erste Mal ist, ist das gar nicht schlecht. Anstrengend. Ich habe ein bisschen Angst immer noch. Ja, komm, 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 komm. Wir wollten doch jetzt essen gehen, Martin. Ja, aber ich kann doch mal essen. Das macht nichts. Es ist vor Speiser, weißt du? Es ist vorbei, weil einmal ist kein Mal, aber das ist jetzt das zweite Mal. Man hat schon eine plausible Begründung dafür. Und zwar immer. Die erste Pommes war so zu Mikropommes. Das geht nicht. John, wir haben das auf Video. Das waren keine Mikropommes. Doch, er weiß. Ich habe auch ein bisschen Sport dafür. Kinnische Sport, Alter. Das ist ja die größte Marketinglüge ever. Nein, zeig mal eine Lüge. Wie viel Zugleich ist da drin? Nicht so viel. Schaut nach, da steht drauf. 4,3 pro Gramm. Pro Gramm, oder? Man stirbt einmal, man lebt einmal, oder?